Startnummer 27, Applaus! Sie wird 20, Sie wird 20, Sie wird 20! So, geht doch, oder? Boah, das kommt mir entgegen! Ich stelle mich mal ein bisschen nach hinten, so, Gude, ich muss mich vorbereiten, einen Moment. Oh, oh shit! So, Gude. Letztens habe ich mir einen Brennnesseltee geholt. Ich habe den wieder zurückgegeben, weil der hat nicht gebrannt. Tschüss! Es gibt einen Grund dafür, dass das der amtierende Champion ist. Richtig, richtig scheiße. Mach E. Mach E. Uuuuuhuuhuuhuuhuuhu. Uuuuhuuhuuhuuhu. Okay, wie nennt man jemanden, der aus dem Norden kommt und die Berechtigung hat, einen DIN A4 Blatt zu scannen? Skandinavier. Skandinavier. Ihr Security bitte da hinten, die Person. Wir haben es gesagt, nicht reinreden. Ich habe noch einen Tee-Witz für euch. Letztens habe ich mir einen Kamilletee geholt. Den habe ich auch zurückgegeben, war Kamille drin. Nein, 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 das ist hessisch.